Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei Outlet46.de, hier zwischen den Feiertagen. Wir möchten euch noch einmal begrüßen und sind fleißig für euch weiter am Arbeiten, damit ihr die neuesten Artikel kriegt. Heute sind auch wieder ein paar Leads des Tages dabei, drüben im Lager. Wir werden da jetzt einfach mal vorbeischauen und dann schmeiße ich euch ein paar Infos zu. Es wird euch auch heute gefallen, wieder einen kleinen Einblick ins Lager zu haben. So, wir starten einfach mal nach vorne. Hier oben hätten wir ein paar Adidas. Da wollen wir uns auch gleich mal einen hervorheben. So, schon gemacht. Hier hätten wir ein paar Adidas ZX Flux. Für 54,99€ gibt es bei uns in den Deals des Tages. Das Obermaterial ist mit Textil und Synthetik verarbeitet. Hier die drei berühmten Spalten von Adidas. Da sind wir wieder nach einer kleinen Störung. Auch den Besten passiert das einmal. Wir waren stehen geblieben bei dem Adidas ZX Flux. Haben wir in vielen verschiedenen Größen vorhanden. Und müsst ihr einfach mal bei uns im Shop vorbeischauen. Diesen hier gibt es bei den Deals des Tages in schwarz. Und zwar für 54,99€ wie bereits erwähnt. Ein Schuh für 94,95€. Und natürlich haben wir nicht nur diesen Adidas als Schuh anzubieten. Wir haben auch viele verschiedene Schuhe. die ihr euch gerne bei uns im Shop angucken könnt auf www.outlet46.de. Den bringe ich jetzt hier einmal kurz zurück. Nicht, dass die Verbindung hier wieder abbricht. So. Dann wollen wir einmal einfach weiterschauen. So. Wie ihr sehen könnt, das Lager wird nicht mehr. Wir haben ständig was Neues für euch verraten. Und wir machen einfach mal hier weiter. Hier hatten wir zum Beispiel auch ein paar Kapperschuhe. Ebenfalls im Deals des Tages. In einem hellbraunen gehalten. Ein für einen Winterschuh, sehr robuster Schuh wie ich finde. Mit Synthetik-Echtleder-Obermaterial. Einer Sohle mit tiefen Flexkerben. Also auch perfekt für den Winter geeignet. Die Schnürung ist sehr robust. Und hier mit einem gepolsterten Einstieg. Also ein idealer Schuh für den Winter. Der wiegt auch nicht so viel. Also hat ein sehr leichtes Eigengewicht. Und ist wie gesagt für den Winter ideal einsetzbar und kombinierbar auch. Haben wir in verschiedenen Größen vorhanden. Gibt es bei uns auch im Shop unter den Deals des Tages. Hier ist auch www.outlet46.de für nur 32,99 Euro anstatt für 59,95 Euro. Also hier auch ein sehr hochwertiger Winterschuh für kleines Geld. Und natürlich haben wir nicht nur die Deals des Tages. Wie ihr seht, haben wir hier auch Birkenstock, Hausschuhe, Sandalen. Georgs, die atmungsaktiven Schuhe, die jeder kennt. Andere Kappa-Modelle. Und wir können jetzt einfach auch nochmal was für die Damen raussuchen. Ebenfalls in den Dienst des Tages hätten wir Winterboots von Black zur Auswahl. Hier haben wir einmal sehr hochwertige Boots von Black mit Lammfellfutter. Wie gesagt für 42,99 Euro an einer griffelten Außensohle. Also auch Grip für die Damen. In sehr vielen Größen vorhanden. Hier in einem klassischen Schwarz. Sehr modisch und sehr gut kombinierbar. Zuglasche an der Ferse. Und wie gesagt bei uns ebenfalls im Shop erhältlich. Ich glaube der Name Black sollte jeder Dame ein Begriff sein. Gibt es bei uns wie gesagt für 42,99 Euro anstatt für 59,95 Euro. Und wir haben genug Größen vorhanden. Da ist auch jeder Dame, wo es befriedigt wird. Was die Winter angeht. Und das war natürlich nicht alles. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren hinterlassen, was euch so interessiert, was ihr sehen wollt. Meinetwegen auch hier direkt aus dem Lager. Wir sind da sehr offen. Wir hatten hier zum Beispiel auch Adidas Gazelle von vielen verschiedenen Größen. Adidas Equipment Support. Oder einfach auch nur ein klassischer Hufflinger. Um sich vor den Kaminen zu flätzen. Um die Füße zusätzlich warm zu halten. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. So dass wir euch auch viele verschiedene andere Artikel vorstellen können. Auch im Bereich Klamotten haben wir sämtliche Artikeln da. Ob es Kuma ist, Adidas, Nike, Kangaroos. Und wie ihr seht haben wir auch eine große Auswahl an Schuhen. Aber auch Accessoires und Duschgel oder auch die Haarpflegeprodukte. Wie gesagt hinterlasst einfach was in den Kommentaren. Und wir melden uns dann wieder morgen bei euch. Mit einer neuen Ausgabe. Hier bei outlet46.de